Musik 88 Dezibel laut ist Trägt mehr Alkohol als Gäste in einer Bar mit 72 Dezibel Karotten waren ursprünglich lila Alter, stell dir mal vor, du isst eine lila Karotte Nein, gerade nicht Warum nicht? Lass mich geraten, du bist gestresst Nein, ich wurde gerade erschrocken Jetzt schon? Ich bin schon 10 Mal gestorben Weiß aber nicht von wem Da steht nämlich nichts drin dabei, von wem Da bist du gestorben, einfach so Oder KI Ich hab eh jetzt keine Zeit mehr Da willst du eh keine Zeit mehr, ich mach mal mit dem Kumpel was Hallo, muss gehen? Ja Jo, okay, ich mach noch ein bisschen allein weiter Jo Ciao Ciao So, ich bin jetzt mal kurz hier gemuted in TS Dann Ähm, ja Bin ich jetzt ganz allein und ich kann auch niemanden hören User disconnected from your channel Ja, das war Jan Ich soll auch mal kurz die SOS auspielen, wenn ich an Land bin, ich will nicht aufrieren Oder auch du das schon wisst, ne? Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich... Das ist Frosch und zwar Kermit der Frosch Wird schon jüngst so... Frosch sein, ne? Weiß ich, kenne ich nicht Aber... Frosch, ne? Einem und auch Frosch Hat einen Stern auf dem Walk of Fame What fuck? Sekunde Was ist so unnützt, das? Ist so unnützt, das passt nicht mal ein unnützes Wissen Ähm Ist auch nicht... Das ist alles langweilig, wisst ihr? So ist ja auch gleich ein Land lang, kann ich kurz Gucken... Äh, Tiefstück ausmachen, meine ich Das Durchschnittsalter in Uganda beträgt 15 Jahre What the fuck? Okay Versteh ich nicht Okay Ist alles so langweilig Ich... Ich schon mal ein bisschen weiter vormachen So Oh, okay Ich bin gleich wieder da Bis gleich So, ziehs ich aus, ich bin wieder da Und jetzt verbinden wir uns mal ernsthaft hier, der ist ja zu spielen Und ich die ganze Zeit irgendwas annehmen zu lesen Ich mein Es dürfte jedem aufgefallen sein, damit das nicht Aus Versehen war, wie ich gestorben bin Ne? Ich hatte einfach Lust Nein, ich mein Es hat sich jeder gesehen, aber dass ich nicht ernsthaft gespielt hab Das war eigentlich offensichtlich Gut, mal gucken, ist ja noch irgendwas... Ne Gleich weitergehen Tag Das ist nix Ach, ich bin wieder... Ach, okay, dann muss ich hier jetzt nach rechts nach Elektro Was sind jetzt eigentlich genauer, ähm, ja, Overwatch anders als normal, DZ DZ Aber was anders ist, das auf jeden Fall, die Zeichen da, die sehen ganz lustig aus Und, ach, du scheiß, was ging, ja, Gott, ab Äh, die Zeichen, die sehen anders aus, und Der Debug-Bildschirm Vielleicht gibt's andere Waffen Was sonst Der Halo-Sprung am Anfang Der ist noch anders Was sonst fällt mir nicht nix ein Naja Da kann man nix machen, ne Und, wenn wir dem hier mal gucken, ob man kann, ob man kann, ob man hier mehr von Schießt, so Elektro Zack Ein bisschen Quer über die Über die Filter So, das heißt, sind hier eine Remington 870 Flashlight Kann sich drüber streiten Ob die jetzt so toll ist, oder nicht So Mal gucken, wie lange ich es jetzt schaffe, zu überleben Aber außerdem, was ich jetzt, ähm, auch bald machen werde Ja, bald den Anschluss eigentlich Es wird jetzt auf jeden Fall Ein Video täglich kommen Ähm Eigentlich hatte ich zwei Videos täglich vor Ähm Das Problem daran ist Dass ich selber überhaupt nicht zufrieden bin mit der Soundqualität des Mikros hier Also die geht meiner Meinung nach überhaupt nicht Ich bin damit echt unzufrieden Und ich meine, für 150€ ist das ein Headset, ne Und das kann nix, ne Das schmiert die ganze Zeit ab Die Soundqualität von dem Mikros scheiße Manchmal funktionieren die Knöpfe nicht, also Das ist echt Nicht das Geld wert gewesen, so Ähm Wenigstens kann man damit Sound hören, weil Ich werde mit dem wahrscheinlich bald, in Anführungszeichen, das war wahrscheinlich ein bisschen Daumen, dass das Geld zusammen hat Ein externes Mikrofon kaufen Was heißt externes Mikrofon halt ein Ein Teil, also nur ein Mikrofon Und ja, was dann auf jeden Fall definitiv bessere Qualität hat Das dürfte man dann auf jeden Fall hören Vermute ich Auf jeden Fall Ich meine, ihr müsst da eigentlich schon die Änderung jetzt vom G35, das ich vorher hatte Und jetzt dem G930, das ich jetzt habe Ähm, hören Ne Das ist 50€ Unterschied Die Qualität wird auch 50€ schlechter 50€ mehr kosten 50€ schlechter Äh, 50 Fach schlechter Ne Passt So Da vorne können wir mal kurz looten Man muss ja mal gucken, dass ich jetzt nicht zu lange aufnehme, weil ich muss das heute auch alles hochladen und schneiden Ähm, weil heute ist ja schon Ähm, Sonntag und Ab morgen soll das dann Ja, weitergehen mit den Videos Deswegen Bin ich jetzt etwas in Stress an, in Anführungszeichen So, das hat auch einen Hinterausgang, das kleine Häustier bei der Tagstelle, ne Ich glaube schon Einfach mal hinrinnen Es war doch das hier durch Ja, komischer Zombie Brav Und jetzt sind das da hinten Hier ist Auch nix Da steht die Scheune da vorne Vielleicht da was Sekunde Achso, ja Ähm, ich konnte jetzt theoretisch über Gesprächsimmer quatsch Das Problem ist Ähm, ja, es hat keiner Ein Gesprächsthema unter meinem Video geschrieben Das heißt, es wird dann wahrscheinlich doch kein Gesprächsthema geben Und Ja Da kann man leider nichts machen Also, mir persönlich fällt jetzt auch nichts ein, was ich jetzt besprechen konnte Na Man hat sich schon erzählt, dass es mit den Videos abläuft Ähm Was gibt's noch Mal kurz überlegen Wie es mit meinem Kanal weitergeht, habe ich euch erzählt Ich werde jetzt ein Video machen, bis ich eine bessere Audioqualität habe und dann zwei Videos am Tag Wenn's geht, der Set weiter und dann Also, der Set weiter mit Jan Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal